Oh, und ein Rundschild aus Eisen, super. Somit bitte da rankommen. Also, er kommt zwar ziemlich einfach ran, aber im Eifer des Gefechts da ist es immer schon mal eine ganz andere Sache, da an sowas ranzukommen. Ah, also diese Stachelteile funktionieren also auch bei Zombies. Sehr schön. Ja, die Fallen in dem Spiel sind ja beidseitig gefährlich. Nicht immer ganz schön so, aber na gut. Oh, fuck. So ein großer Ritter, den brauchen wir jetzt eigentlich eher nicht. Jetzt habe ich keine Manna mehr dafür, toll. Und das Skelett will einfach nicht. Oh, shit. Da kommen wir jetzt einfach her. Da habe ich es gesprengt. Das war ja mal ganz gut. Wunderbar gelaufen. Oh, keine Manna. Wunderbar. Hat der hier nicht gerade irgendwas? Oh, shit. Ich darf nicht über diese dämlichen Pieken drüber. Mist, die heißt, es sind wahrscheinlich keine Pieken. Oh. Äh, wo ist es denn? Hier ist ah. Ich finde ich das hier gut, denn noch auf die Idee kommt, aufzustehen. Ah, jetzt kommt das schönes Glück, ja? Wieso könnt ihr euch jedes Mal blocken? Habt ihr denn bei Schiss? Ich kriege keine Erfahrung, wenn ich die besiege. Ist ja auch gemein. Oh, komm, komm, komm. Ich kann einfach rüberspringen. Das ist cool. Und, jetzt. Wunderbar. Oh, Gott. Was haben wir denn hier oben alles? Ah, dumme Skelette. Super. Ich dachte schon fast, das kriegt mich. Aber es ist nochmal gut ausgegangen. So. Hoffen wir mal, dass wir... Nee, die Fiecher können wir leider nicht vergiften. Schade. Okay. Ich dachte schon fast, der kriegt keinen Schaden. Das wäre der Weg noch. Na, dich gemein. Okay. Ich kann ziemlich weit springen. Das habe ich, glaube ich, alles diesem komischen Hass-Dings da zu bedanken. Was haben wir noch? Äh, na, 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 na. Okay, sonst nichts weiter. Ah, okay. Jetzt muss ich einfach mal unten gucken, weil da ging es, glaube ich, auch noch weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich entweder oben lang gehen muss oder unten. Äh, nehme ich mal stark an. Irgendwie beidseitig. Okay, pflanze das Tor. Jetzt noch der Rest. Sehr gefährlich, die Fiecher. Und ich muss... Ja, okay, gut. Das ging jetzt eigentlich. Der Abstand bis zum Aufladen war noch angenehm. Manchmal ist es ja auch wirklich ziemlich weit. So, ich schaffe mal. Wow. Oh, das ging doch. Todeszombie. Wunderbar. Ich werde auch mal stark davon ausgehen, dass ich demnächst auch mal wieder überladen werde, weil ich die ganze Zeit mit Schilden hier rumrenne. Oh, shit. Wo ist der Geist? Komm her, Geist. Komm her, Geist. Komm her, Geist. Ja. Okay, alles wunderbar gelaufen. Dann hat es sich auseinandergelegt. Zwei, drei und vier. Bisschen an den Teilen rumhauen. Wow. Zombie-Killer. Ne, das war eigentlich ein Skelett. Okay. Gut, Heilung. Exzellent. Heilungstufe 2. Heilungstufe 1. Schutz vor Gift. Naja. Da ist mir das Licht doch ein bisschen lieber. Verstörtheit. Was ist das denn? So eine Art Verwirrung, oder? Konfusionstufe 3. Was das alles verkaufen kann. Wow, wundervoll. Das freut mich wieder. Hier unten waren wir schon. Alles okay da. Vor allem habe ich jetzt wieder meine ganzen Tränke voll. Wundervoll. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. Just amazing. So, dann kommen wir mal hier hin und da hin. Oh. Ja, ich will aber jetzt eigentlich eher die Pflanze killen. Okay. Deren Wunsch ist mir Befehl. Jetzt wieder zum Aufladen. So, ich bin nach unten. Smartia hat uns nicht leicht. Laufen, 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 laufen. Hinlaufen, weglaufen, hinlaufen, weglaufen, hinlaufen, hinlaufen, weglaufen. Als Krieger hinlaufen und weiterlaufen. Oh, das ging ein bisschen zu schnell fast schon. Ich habe mir ja skeptisch. Wie er das... Puh. Ich dachte schon fast, das Ding kriegt mich, ne? Okay, wo haut es mich denn jetzt... Oh, komm schon. Jetzt. Äh, okay. Komm ich hier irgendwie raus? Ja. Hm. Geist wieder mal erledigt. Okay, wo ist der Geist hin? Der Geist ist drauf. Wieder mal voller Aufladung. Ja. Die haben irgendwie gerade nicht so die Chance gegen mich. Wenn man jetzt mal von den Zombies absieht. Boah, was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ja, Feuerball Drillingsstart. Aber trotzdem... Oh mein Gott, oh scheiße. Na gut. Oh, schon wieder. Wie viele beschissene Gegner gibt es denn hier? Ich fühle mich fast schon ein bisschen verarscht. Na gut. Wie viel kann ich noch mitnehmen, bevor es mich wirklich... ein bisschen zu sehr belastet? Oh fuck. Hahaha. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Verreckter. Hm. Manchmal muss man es bloß lauter genug aussprechen. Okay. Äh, wie kriege ich jetzt dieses Teil kaputt? Hm. Damit? Ne. Das fliegt ja. Das lässt sich davon nicht beeindrucken. Hat das Teil denn noch irgendwelche anderen Gegenstände gehabt? Also wie ist der komische... Zombie. Was auch immer das war. Ne, wahrscheinlich nicht. Oh. Gut. Wo können wir denn noch weiter hin? Dummdi-dum-dum-dum-dum. Wie kriege ich die Fische jetzt am letzten Tod? Oh Gott. Ne. Somit geht es auf alle Fälle nicht. Oh je. Und das mimickt einen. Das ist jetzt auch nicht mehr so schön. Das macht zu derby viel Schaden. Waha, shit. Und dann grillt das einen noch. Ich schieße. So, jetzt bist du übelst dran hier. Komm. Ja. Da muss man ja fast schon eine Ewigkeit anhauen. Also ich weiß jetzt ja nicht, wie ich dieses Teil sonst besiegen kann. Außer mit drauflauen. Es ist eigentlich fast schon ziemlich schlecht, dass mir keine bessere Möglichkeit einfällt. Ich bin immer im Magier. Aber ich glaube, wenn das einen nicht angreift, dann ist auch alles okay. Moment. Ich hoffe zumindest, das greift einen nicht standardmäßig an. Das wäre schon schön. Wo geht es denn hier mal noch weiter? Geht es denn hier unten weiter? Oh mein Gott, nein. Oh shit. Ja, und jetzt habe ich es mal wieder verschissen. Wunderbar gemacht. Ja, mir wird es denn dauernd, eh das Böllicht hier reinkommt. Wo ist dieser dämliche Schatten? Muss ja auch hier irgendwo sein. Dum, dum, da ist er. Oh je. So. Also nochmal alles gut gelaufen hier. Wir sind nicht gestorben. Dann ist es mir immer gut gelaufen. Ach komm los, komm her. Das Skelett wird einfach gestrengt ohne Rücksicht. Wie kriege ich jetzt das Teil kaputt? Anscheinend gar nicht, na gut. Geh. Ey, Mann, wie gemein können die Gegner sein. Normale geblockt und dann einfach so gemein. Ziemlich viel Schaden. So, komm. Los, ich krieg dich. Na komm doch her. Scheiße. Yes. Und der Attacke ist mir wieder mal gerettet und das verdanken wir mir. Wie jedes Mal. Eine andere Möglichkeit ist nicht drin. Drei und vier. So, jetzt mal noch kaputt. Ja, ich glaube, hier muss man noch den Kreis gehen und dann komme ich wieder zu dem Punkt, in dem ich rausgekommen bin. Wunderbar. Ich mache mal einfach so kaputt. Okay. Todes Zombie, komm. Ich mache dich kaputt hier. So. Das lässt sich irgendwie leider nicht öffnen oder so. Das wäre doch ziemlich cool gewesen. Und. One Hit. Wundervoll, wenn es klappt. So. Zeit zum Aufladen. Runde zwei. Wo ist der Geist hin? Ist tot. Watt, bisch ist. Nein. Okay. Was finden wir denn hier drin? Ist ja irgendwas ganz Besonderes. Ach komm. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ich glaube, es wird noch schlimmer. Ähm. Was haben wir hier? Bla, bla, bla. Heilung. Licht. Na, langsam wird das Ding bald kaputt gehen. Das wäre eigentlich wirklich unschön, wenn das Ding kaputt geht. Weil das ist irgendwie eins meiner Lieblingsitems hier gerade. Gibt es wohl nicht so viele, aber trotzdem. Das ist eins doch nett. Okay, da vorne geht es weiter. Gehen wir nochmal fix zurück und schließen den Kreis hier. Oh Gott, nein. Okay, ich spreche. Wir machen das so. Wir gehen rein. Weee. 173 Schaden. Wie kann man denn bitte so krass viel Schaden machen? Ohne, dass auch nur am geringsten was passiert. Na gut. Komm her. Okay. Eins ist weg. Ich gehe jetzt nur noch auf das zweite. Wo bist du? Können wir hier noch ein bisschen schießen. Dann da noch. Ah, sind es noch irgendwo irgendwelche Gegner? Nö. Drei. Vier. Okay. Jetzt dürfte es mich eigentlich doch fast schon... Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh. Wann habe ich ihn zuletzt gespeichert? So ein Dreck. Das war jetzt irgendwie nicht so gewollt. Oh, shit. So, komm. So, kacke. Jetzt kriege ich es nicht mehr. Ja, aber langsam geht es. Und jetzt sieht man irgendwie auch noch dieses Licht endlich mal. So. Das wird mir echt angewöhnt, häufiger zu speichern. Das ist ja echt traurig. So. Und dasselbe wieder. Zuvor auch schon. Ich glaube, das war es gewesen. Äh, ja. Ich muss nur rankommen, ehrlich. Und ich mache dich kaputt. Oh, fuck. Jetzt. Habe ich ein Problem. Es sei denn, die kommen jetzt irgendwie auf die Idee, mir jetzt zu folgen. Ich glaube, die greifen sich gegenseitig an. Das ist ja mal cool. Oder auch nicht. Das ist jetzt ziemlich blöd. Na gut. Okay. Ich habe gerade innerhalb kürzester Zeit gekillt. Da muss ich schon mal sagen, das war... Ich bin sehr entzückt von meinem Werk. Komm doch her jetzt. Boah, wieso treffe ich den nicht? Komm jetzt her. Oh, das war ja vier. Vier über die falsche Taste. Beinahe hätte irgendwas Schlimmes passieren können. Aber wir achten ja zum Glück immer drauf, dass sowas halt nicht passiert. So. Oh, hier ist noch Gold. Gar nicht mehr aufgefallen. Ne. Jetzt. Ah, scheiße. Drei. Vier. Und alles ist wieder in Lone. So. Ja, wohin geht es denn hier oben? Ich kann noch ein bisschen die Teile kaputt machen. Boah, das ist so herrlich. Wieso ist mir das wirklich nicht früher eingefallen? Das ist so eine geile Methode. Okay. Jetzt habe ich ein Problem wieder. Das teilt auch nicht auf die Idee, mich anzugreifen. Oh Gott, ne. Uh, super. Yeah. Wieder mal ein Frosch gekillt. Ah, okay. Und hier geht es nicht mehr los. Das war aber ein ganz schön langer Gang. Ich bin beeindruckt, dass ich das überhaupt so lange überlebt habe da unten. Ich hätte gedacht, ich käme dann hier an die Seite oder so irgendwo raus. Aber das ist anscheinend doch nicht so gewesen. Ja. Die wurden mir halt ein bisschen überrascht. So, was haben wir denn hier? Keine Geister, kein gar nichts. Und hier würde es dann wieder nach unten gehen. Wenn man da jetzt hier runter gehen würde, dann weiß ich gerade gar nicht. So. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Risiko eingehen würde. Ach, shit. Hier geht es nicht weiter. Schon wieder geht es hier runter. Alter. Oh Gott, ne. Ja, wie war das in Acht nehmen vor diesen Orgern? Zwei, drei, vier. Oh. Hat das... Oh Gott, ne. Verrägter. Oh, 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 oh. Scheiße, hier darf ich nicht runterfallen, auszusehen. Hier war der eine. Okay. Sag mal, wie weit bin ich denn gelaufen ohne so einen Aufladeteil? Das ist ja mal... Immer wieder aufs Neueste von mir überrascht. Und noch immer. Jetzt. Wunderbar. Speichern. Moment, was können wir denn hier mal kurz... Bla, bla, bla. Finde den Vorposten der Ogre am nordöstlichen Ufer der Sümpfe. Von hier führt ein Gang durch die Berge bis zum Ödland. Okay. Also muss ich doch bei den Ogern weiter. Das bedeutet... Wir schauen uns jetzt erstmal hier oben in diesem... In dieser Krypta oben. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Spannendes. Ich bezweifle es doch sehr stark. Oh, na gut. Ich dachte, da wäre... Ah. Komm, die sah wirklich aus wie, als könnte man die kaputt hauen. Gemeinheiten über Gemeinheiten. Überall. Hier kommen wir nicht hin. Ja, aber was haben wir denn... Ah, Necromann. Necromann. Ah, komm. Ich mach dich einfach so kaputt. Kannst dich doch eh nicht konzentrieren mit deinem Mist drauf. Ach, so kann ich es natürlich auch machen. Schau den einfach so die ganze Zeit um, dass er rumfällt. Hm. Hm.